Melin Pierre, große Felicitation für diese unglaubliche Begründung. Was sind deine Impressionen des matchs gegen die Hongrie? Es war wirklich unglaublich, zu spielen. Es war wirklich sehr stark. Wir wussten, dass es wichtig war, diesen match gegen die Hongrie. Wir haben wirklich alles gegeben. Und wir sehen, dass es in der Endeffekt ist. Es ist das zweite Mal RMVD. Wie ist es, dabei zu sein, das Team als Kapitänin anzuführen? Es ist unglaublich schön. Es ist ein richtiger Lohn für alle Jahre harte Arbeit. Für das ganze Team, für mich individuell. Diesmal sind wir nicht hierher gekommen, um einfach zu geniessen und mitspielen. Diesmal wissen wir, es sind gute Teams hier. Wir sind aber auch besser geworden. Wir haben auch ein Level erreicht, das hier mitspielen kann. Was wir heute hier oben gesehen haben. Wir haben eine Mission erstens gemacht und die nächsten werden kommen. So, dann könnt ihr nochmal eine riesige Gratulation. Super gemacht! Auf Wiedersehen! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Vielen Dank.